Comdirect Aktiv oder C24 Smart – Welches Girokonto ist besser? Beide Girokonten sind aktuell sehr beliebt, denn Du kannst sie auch ohne einen monatlichen Mindestgeldeingang kostenlos führen. Im Detail unterscheiden sie sich aber zum Teil stark. In diesem Video stellen wir das Comdirect Girokonto dem C24 Girokonto im Vergleich gegenüber. Wir zeigen Dir die Vorteile, aber auch die Nachteile. Am Ende des Videos sagen wir Dir, welches Konto das bessere für Dich ist und wie Du es kostenlos ergänzen kannst, um das Beste herauszuholen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn Dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von Dir freuen. Die Banken Die Comdirect Bank war früher eine Tochter der Commerzbank. Mittlerweile wird das Konto aber direkt bei der Commerzbank geführt. Die C24 Bank wurde im Jahr 2020 vom bekannten Vergleichsportal Check24 gegründet. Sie verfügt über eine eigene Banklizenz. Legen wir los. Das Comdirect Aktiv und das C24 Smart Konto im Vergleich 1. Die Kontoführungsgebühren Das Comdirect Konto kannst Du kostenlos führen, wenn Du nur eine der folgenden 4 Bedingungen erfüllst. Du hast einen monatlichen Mindestgeldeingang von mindestens 700 Euro oder Du nutzt mindestens dreimal im Monat Apple Pay oder Google Pay zum mobilen Bezahlen oder Du führst monatlich einen Trade oder einen Wertpapiersparplan aus oder Du bist unter 28 Jahre alt und Schüler, Student, Auszubildender oder Praktikant. Erfüllst Du keine der Bedingungen werden 4,90 Euro monatlich berechnet. Das C24 Smart Girokonto ist ohne Bedingungen für jeden kostenlos. 2. Unterkonten Beim Comdirect Girokonto kannst Du ein Tagesgeldkonto und das Depot als Unterkonto führen. Beim C24 Bank Girokonto sind bis zu vier sogenannte Pockets als Unterkonten kostenlos enthalten. Du kannst sie z.B. für verschiedene Sparzwecke nutzen. Wenn Du sie als Tagesgeldkonto nutzt, bekommst Du auch Zinsen darauf. Pockets lassen sich auch gemeinsam mit anderen C24 Kunden nutzen. Wenn Du also mit jemandem anderen z.B. auf eine Reise sparen möchtest, könnt Ihr ein Gemeinschaftspocket nutzen, auf das Ihr beide Zugriff habt. 3. Guthabenverzinsung Das Comdirect Konto bietet keine Guthabenverzinsung. Bei der C24 Bank gibt es eine Guthabenverzinsung von 2% per annum auf dem Girokonto für Einlagen bis zu 50.000 Euro. Wie hoch die Zinsen sind, wenn Du das Video schaust, siehst Du unter dem Link unter dem Video. 4. Karten Beim Konto von Comdirect erhältst Du eine Visa Debitkarte kostenlos dazu. Eine Girokarte kannst Du auf Wunsch zum Preis von 1 Euro monatlich dazu buchen. Zum Konto der C24 Bank erhältst Du eine Mastercard Debitkarte ohne Gebühr. Außerdem ist eine Girokarte kostenlos dabei, wenn Du mindestens 2 Lastschriften je Monat auf dem Konto hast. Z.B. für Streaming-Anbieter, Stromrechnungen, Versicherungen, Handy oder Ähnliches. 5. Geld abheben Mit der Comdirect Visa Karte kannst Du dreimal monatlich an Geldautomaten in Deutschland und weltweit kostenlos Geld abheben. Außerdem sind mit der Comdirect App auch Auszahlungen bei etwa 12.000 Filialen von Rewe, Penny, DM und weiteren mehr gebührenfrei möglich. Auch die Auszahlungen per App zählen in das Limit. Wenn Du also eine Auszahlung im Partnershop hast, bleiben Dir noch 2 für die Abhebungen am Automaten. Jede weitere kostet 4,90 Euro. Entscheidest Du Dich für die kostenpflichtige Girokarte kannst Du unbegrenzt oft in Deutschland an den Automaten der Cash Group und in den Partnergeschäften Geld kostenlos auszahlen lassen. Zur Cash Group gehören die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Hypovereinsbank sowie die Postbank. Beim C24 Konto sind 2 Abhebungen je Monat kostenlos. Wenn Du mindestens 2 Lastschriften pro Monat hast, bekommst Du nicht nur die Girokarte gratis, sondern 4 kostenlose Abhebungen je Monat. Bei Bargeldabhebungen in Ländern mit einer anderen Währung als dem Euro wird eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,75% berechnet. Die Fremdwährungsgebühren beim Geldabheben und bei Kartenzahlungen sowie die Einschränkungen in der Häufigkeit kostenloser Geldabhebungen kannst Du leicht umgehen. Unter dem Video verlinken wir Dir eine Visakarte, die Du weltweit kostenlos zum Geldabheben und für Kartenzahlungen nutzen kannst und das so oft Du möchtest. Die Karte ist kostenlos und kann mit jedem beliebigen Girokonto genutzt werden. Beachte, dass Geldautomatenbetreiber im Ausland oft eigene Gebühren berechnen, auf die Deine Bank keinen Einfluss hat. Sie werden daher nicht erstattet. 6. Kartenzahlungen Kartenzahlungen sind mit der Visa-Debitkarte in Euro kostenlos. In anderen Währungen werden Fremdwährungsgebühren in Höhe von 1,75% berechnet. Mit der C24 Mastercard im kostenlosen Smart-Tarif werden bei Kartenzahlungen in fremden Währungen ebenfalls 1,75% Fremdwährungsgebühren berechnet. 7. Bargeld einzahlen Mit dem Comdirect-Aktiv-Girokonto kannst Du dreimal im Jahr kostenlos Geld einzahlen. Hast Du die Girocard ist das an den Commerzbankautomaten möglich. Hast Du sie nicht, kannst Du die Einzahlung per App in den 12.000 Partnergeschäften vornehmen. Auch mit dem C24 Konto sind Bargeld-Einzahlungen bei diesen 12.000 Geschäften möglich. Hier wird eine Gebühr von 1,75% berechnet. Außerdem sind bei C24 Geldeinzahlungen in den Filialen der Reisebank möglich. Für bis zu 5.000 Euro Einzahlungssumme werden pauschal 7,50 Euro berechnet. Bei höheren Beträgen sind es 15 Euro. 8. Echtzeitüberweisungen Ausgehende Echtzeitüberweisungen, also die SEPA Instant Payments, kosten beim Comdirect-Aktiv-Konto 1 Euro. Standardüberweisungen sind gebührenfrei. Beim C24 Smart wird eine Gebühr von 99 Cent je ausgehender Echtzeitüberweisung berechnet. Standardüberweisungen sind auch hier kostenlos. Eingehende Echtzeitüberweisungen sind bei beiden Konten gebührenfrei. 9. Cashback Beim Comdirect-Konto gibt es keinen Cashback für Zahlungen mit der Karte. Bei Kartenzahlungen mit dem C24 Konto kannst Du monatlich bis zu 100 Euro Cashback sammeln. Der Cashback kommt in Check24 Punkten, die Du in Geld oder Prämien tauschen kannst. Der Standard Cashback, den Du bei jeder Kartenzahlung erhältst, beträgt 0,05%. Bei Check24 Shopping bekommst Du 2% und es gibt wechselnde Aktionen, bei denen Du erhöhte Cashbacks bei ausgewählten Partnern über einen begrenzten Zeitraum erhältst. 10. Mobiles Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch Mit der Comdirect Visa-Karte kannst Du Apple Pay und Google Pay zum mobilen Bezahlen nutzen. Mit der C24 Mastercard ist ebenfalls die Nutzung von Apple Pay und Google Pay möglich. Du kannst also jedes Apple- oder Android-Smartphone oder auch jedes Smartwatch nutzen. Bei der Nutzung von Apple Pay und Google Pay werden Dir keine Gebühren berechnet. 11. Dispokredit Der Dispokredit-Zins beim Comdirect Girokonto beträgt 10,5% per annum. Beim C24 Girokonto beträgt der Zinssatz für Dispokredite 7,49% per annum. Comdirect Aktiv oder C24 Smart? Welches Girokonto ist besser? Beide Konten bieten im Vergleich mit anderen sehr gute Konditionen und Du machst mit keinem etwas falsch. Trotzdem ist nach unserer Meinung das C24 Smart Konto der klare Gewinner. Die Kontoführung ist hier ohne Bedingungen kostenlos und Du bekommst auf das Geld auf dem Konto sogar eine attraktive Guthabenverzinsung. Noch attraktiver wird es, wenn Du das Konto aktiv nutzt, was in dem Fall lediglich bedeutet, dass Du 2 Lastschriften pro Monat vom Konto einziehen lässt. Dann bekommst Du nämlich eine Girokarte kostenlos dazu, die bei vielen Banken entweder komplett abgeschafft wurde oder nur noch gegen Gebühren von 12 Euro pro Jahr ausgegeben wird. In Deutschland ist sie immer noch bei vielen kleineren Geschäften, Cafés, Bäckereien und in Restaurants die einzige Möglichkeit, mit der Karte zu zahlen. Wenn Dir die 2 bzw. 4 kostenlosen Bargeldabhebungen im Monat nicht reichen oder Du Fremdwährungsgebühren beim Einsatz im Ausland vermeiden möchtest, empfehlen wir Dir als kostenlose Ergänzung unseren Kreditkartentipp. Die Visakarte kommt ohne Jahresgebühr und ist kontounabhängig. Du kannst sie also mit jedem beliebigen Konto nutzen. Mit ihr werden alle Zahlungen und Bargeldabhebungen gesammelt und Du kannst sie dann einmal im Monat automatisch per Lastschrift von Deinem Konto abbuchen lassen. Für den Zeitraum von der Nutzung bis zur Rückzahlung in einer Summe werden keine Zinsen berechnet. Du kannst beliebig oft an jedem Automaten mit Visa zeichnen, das sind mehr als 97% aller Geldautomaten, kostenlos Geld abheben. Beim Einsatz in anderen Währungen als dem Euro werden keine Gebühren berechnet. Die beiden Girokonten und unsere Kreditkartenempfehlung verlinken wir Dir unter dem Video. Hast Du noch Fragen zu den Konten oder einen Video-Wunsch? Dann schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn Dir das Video Comdirect vs. C24 gefallen hat, würden wir uns hier über einen Like von Dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen!